Ja, ich bin jetzt ganz schön tot, aber das war voll schön. Das war mein erstes Konzert dieses Jahr und ich bin jetzt noch aufgeregt. Und am liebsten würde ich jetzt auf eine Achterbahn gehen, um das zu feiern. Aber die sind jetzt leider zu. Aber auf jeden Fall spiele ich diesen Sommer noch ganz, ganz viele Termine. Und ihr müsst auf jeden Fall vorbeikommen, weil die Fonky Fonks dürft ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Das hier ist der Beweis. Es war ein ganz, ganz toller Abend im Europa-Park in Rust mit Radioregenbogern und allen lieben Leuten dieser Welt.